hallo jetzt willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier mal ja mitnehmen hier machen ja das dauert ja ein bisschen ausmachen dass immer jetzt nicht ich hoffe hier dass hier der Wetter ranpasst und dass ich nachher da dann also erstmal holen machen kann erstmal hier mal Platz da hier kommt Franz ja hier sieht man hier die ganzen Ballen was ich gemacht habe gestern ach das waren gar nicht mal so wenig da haben wir hier unseren Wetter dran liegen verschoben ja ist aber nicht gelogen ja also dieses manuelle attaching haben sie raus dann das hat irgendwie Probleme bereitet mit dem Server jedenfalls ich finde mit die 30 kmh hier da ist man schon relativ fort am Weg mit der alten Kiste ja 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 oh Wahnsinn Ich glaube, man kann sie mal aus... Ich weiß nicht, wie oft man jetzt hier da drüber rattern muss... Ich glaube, zwei- oder dreimal... Sieht aber echt cool aus, finde ich, das Ganze hier. Ich glaube, viele Menschen... Oh, geht ganz gut, finde ich. Ich will mal hoffen, dass es auch dann wirklich ähm nachher Heu wird. Ein paar Ballen brauchen wir ja. So. Ui, ei, der Zaun, der kommt irgendwie näher. Stehen, nochmal zurückstoßen. So sieht das alles anders aus. Ja, ja. Schauen wir mal. Also eins, was mir eh mal so ein bisschen Nerven tut hier, wenn nicht alles auf einmal mitgemacht wird. Ja, das ist schon wirklich extrem, was der hier macht. Sollte mal doch mal hier die Scheiben waschen, denke ich mal. Faunisse. ist ja auch mal hier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm. Würde ich mal sagen. Ich hoffe mal als Handy, was los ist. Akku ist schon mal geladen. Okay. Hm. Das Ganze braucht ein bisschen lange. Nicht verbunden. Was für ein Zeug. Geht's jetzt da? Ich hab doch hier mobile Daten. Ah, jetzt da. Tja. Das synchronisiert ja immer noch. Wahnsinn. Sowas aber auch. Ich glaube aber, es wird sicherlich bald rum sein. Manche Leute, die haben so ein, entweder so ein schlechtes Internet oder so einen schlechten Rechner, dass der so lange braucht, das alles zu verarbeiten. Oder vielleicht liegt's daran, dass wir halt die Zeit haben, wo die Leute alles, also streamen. Also Netflix und Co. Hä? Das braucht ziemlich viel Daten. Aber zum Glück hier, YouTube ist schon besser, find ich. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier mal, denke ich mal, Schluss. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, natürlich, wenn es heißt, hier Lohn und den Ballermann, weil ich glaube, es ist ja immer dein Tag. Alles an. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.